Wieder einmal eine Burg, die in Schutt und Äschen gelegt wurde, und zwar vor x-hundert Jahren. Vor vielen hundert Jahren stand auf einem steilen Felsen die Burg Höchlandenberg. Die Leute in der Umgebung haben ihr auch Eichschloss gesagt. Wir sind trotzdem dort hingegangen. Es hat einen gewissen Grund. Es geht um Ritter, die mal dort gelebt haben, oder um Adelige, und um das Schicksal einer jungen Frau. Gesellschaftliche Vorurteile, gesellschaftlichen Druck und moralische Vorstellungen, die wir komplett daneben finden heutzutage. Ja, ziemlich viel und starker Tobak.